Musik Ach, mein Herr Vater, schon wieder ist einer von denen kaputt gegangen. Bist du sicher, dass du ihm jeden Tag sein Beruhigungsmittel gegeben hast? Ja, das habe ich, aber er ist so dämlich, dass es bei ihm nicht wirkt. Du wirst mir einen neuen kaufen müssen, geliebter Herr Vater. Du bist wirklich schlecht in Sklaven abrichten. Du bist auf dem allerbesten Weg, mir meine Kapitätsammlung zu zerstören, Kim. Geh, hier war sowieso nur Ausschuss. Meine Familie, meine Familie. Ein erwachsener Mann holt nach seiner Familie. Du bist eben doch nur ein Mensch und nichts wert. Er entliegt sich nicht mehr. Da wird einem ja richtig schlecht. Nein, reiß dich zusammen. Als nächstes möchte ich einen Riesen als Sklaven. Lieber erst mal mit einem Menschenkind an. Ich will aber nicht so etwas Schwaches. Jetzt sei bitte ruhig, mach keinen Fehler. Die Marina, guck mal an!